Kommen wir heute zum sechsten Punkt von den sechs wesentlichen Punkten zum Thema Erfolg und Zielerreichung. Mache deinen Job zu 100%. Das, was du drauf hast, gib immer in hundertprozentiger Begeisterung. Nicht 99, nicht halben Dampf, sondern Volldampf. Sei begeistert von dem, was du erreichen willst und gib immer 100% deines Könnens. Und dann wird etwas erfolgen, was man Erfolg nennt, denn es heißt nicht umsonst Erfolg. Vom Wortstamm es folgt. Und wenn du die richtigen klaren Bilder hast, wenn du in Aktivität bist und begeistert deinen Job zu 100% machst, dann kann dich keiner aufhalten und der Erfolg gehört dir. In Tiefe noch Hilfe findest du in deinem Regisseur, um dein Regisseur zu werden in deinem Leben. Do it. Viel Erfolg.